Fontvier, Bouches-Duron, Fontvier ist eine Gemeinde im Süden Frankreichs im Departement Bouches-Duron, Nummer 13. Hintergrund Fontvier ist insbesondere bekannt durch die Windmühle von Alphonse Daudet, der hier zwar nie gewohnt hat und deren Eigentümer er nie war, die aber im Mittelpunkt seiner Briefe aus meiner Mühle, Lettre de Montmoulin, war. Mit dem Flugzeug die nächsten Verkehrsflughäfen sind. Der Aeroport Avignons Provence liegt in etwa 35 Straßenkilometern Entfernung. Regelmäßige Flugverbindungen werden allerdings nur nach London, Southampton und Birmingham angeboten. Ebenfalls gut erreichbar ist der Flughafen Marseille-Provence mit Verbindungen zu zahlreichen internationalen Zielen, im neuen Terminal MP2 werden Low-Cost-Verbindungen abgewickelt. Der Flughafen von Niemale-Karmark liegt in 31 Straßenkilometern Entfernung westlich von Aale. Mit der Bahn der Ort hat zwar einen kleinen eigenen Bahnhof. Der nächste Bahnhof mit TGV-Zügen ist in Aale, Gare-Rautere. Von hier gehen Züge und andere nach Paris über Avignon und Marseille. Mit dem Bus-Bus-Verbindungen bestehen nach Aale und Salon de Provence mit der Linie 29 und von Aale über Fontvieille nach Lébeau de Provence, Saint-Tremé de Provence bis Avignon mit der Linie 57, die allerdings nur in der Saison verkehrt. Auf der Straße Über die Niemale, Salon de Provence, Ausfahrt Aale-Z.i Man spart die Fahrt durch das Stadtzentrum, weiter über die bis zum Kreisel, an dem die nach Fontvieille abzweigt. Über die erreicht man den Ort aus Richtung Tarascon. Mit dem Schiff die nächsten Häfen sind im Raum Karmark, Marseille. Mobilität Die Sehenswürdigkeiten des Ortes sind recht gut zu Fuß zu erkunden bei Höhenunterschieden von R.D. 40 Meter zwischen Stadtmitte und der Windmühle von Dodee. Für Rollstuhlfahrer ist der Ort weniger geeignet. In der Nähe der Windmühle ist ein großer, kostenpflichtiger Parkplatz, auch für Busse. Sehenswürdigkeiten Die Touristinformation bietet verschiedene geführte Touren an, zum Teil mittels entsprechender Broschüren. Einer der Spaziergänge nennt sich Entdeckung des Dorfes, Découverte du Village, und berührt und andere folgende Punkte. Start am Chateau de Montauban Hier lebte Alphonse Dodee während seiner letzten Lebensjahre. Zwischen 1930 und 1945 gehörte das Schloss und andere dem Schriftsteller und Filmemacher Jean des Valiares. Die Kirche Saint-Jeris-Lins in der Stadtmitte ist die zweite Station des Rundgangs. Eine Grundstücksschenkung des Abtes vom Kloster Montmajor ermöglichte den Bau der Kirche zwischen 1695 und 1767. Die Kirche hat zwei Glockentürme in unterschiedlichem Baustil. Die Marktheil wurde im Jahre 2004 wieder aufgebaut, wobei man ihre Vorgängerin aus dem 19. Jahrhundert als Vorbild nahm. Im Quartier Duplanet oder auch Luplanet befand sich einer der wichtigsten Steinbrüche, der sich im Laufe der Zeit in eine Straße wandelte. Als Zeugnisse der glorreichen Vergangenheit des Steinbrecherhandwerks kann man heute die in den Felsen gehauenen Höhlenwohnungen besichtigen. Der Turm der Äbte, La Tour des Abbes, war ein Wacht- und Verteidigungsturm gegenüber den mächtigen Herren von Boe und wurde ein der Abtei Montmajor verbundenes Priorat. Der Turm wurde zwischen 1348 und 1353 auf Veranlassung des Abtes Pierre de Canhiliac während des Hundertjährigen Kriegs errichtet. Der Windhund im Wappen des Ortes war bereits das Wappentier der Familie Canhiliac. Die namensgebende Quelle Vielle-Fond ist die sechste Etappe des Rundgangs. Das Wort Fond ist provenzalisch und bezeichnet einen Brunnen oder eine Quelle. Bereits zur Römerzeit war die Quelle bekannt und genutzt. Während der französischen Revolution gab sie dem Ort den Namen Fond Vielle. Die Quellfassung und das Brunnenhaus stammen aus dem 12. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert erfolgte der Bau des Waschhauses im Zuge des Ausbaus der Steinbrüche. Das Rathaus wurde durch den Politiker und Friedenspreisträger Edouard Herriert im Jahre 1935 feierlich eröffnet. Die Stierkampf-Arenner wurde um 1850 erbaut. Hier finden heute viele Feste statt. Das Heiligenhäuschen, Orat Oir, Saint-Victor wurde während einer Pest-Epidemie 1721 an der Stelle einer früheren Quelle errichtet, um den Heiligen zu danken, dass sie den Ort vor der Krankheit geschützt haben. Von seinen vier Seiten zeigen zwei die Heiligen Roch, As, von Mouspellier, und Victor, von Marseille. Abgesehen von der Doppelheiligkeit besteht die Originalität des Bauwerks darin, dass die Heiligenfiguren als Flachrelief ausgearbeitet sind und nicht wie die meisten anderen in Form von Statuen. Eine an dem Denkmal angebrachte Marmortafel trägt die Inschrift, Adieu tout visent et tu misericordiux, à la bien heureuse vieille Marie, à Saint-Victor, à Saint-Roch, le peuple de fond vieux protégé et reconnaissant. Die Landschaft rund um den Ort lädt zu verschiedenen Wandertouren ein, deren Beschreibungen in einem käuflich zu erwerbenden Wanderführer in der Touristinformation zu finden sind. Gleiches gilt für Fahrradtouren. Fahrräder für jeden Bedarf, auch E-Bikes, sind im Dorf zu leihen. Webseite Auch eine Reitschule bietet für Anfänger und Fortgeschrittene ihre Dienste an, Telefonnummer plus 33, 094 54 72 10. Der Tennisclub und sein Platz ist zu erreichen unter der Nummer plus 33, 094 54 61 71. Für die Kleinen gibt es einen Ballspielplatz mit freiem Eintritt neben dem Kindergarten in der Avenue des Moulins. Das moderne Kinoläden-Cinema befindet sich in der Grand-True. Es ist klimatisiert und hat auch 3D-Projektionen. Programme unter plus 33, 094 54 52 62 oder hier. Skater können sich im Park des Schlosses Monau-Bahn austoben. Was in keinem südfranzösischen Dorf fehlen darf, ein Boulodrom. Der schattige Boulplatz ist neben der Touristinformation. Gleich daneben finden Kinder einen Spielplatz. Auf dem Marktplatz bei der Arena ist für die Knirpse ein Karussell. Feste und Veranstaltungen Die Liste ist nicht vollständig. Weiterführende Informationen gibt das Fremdenverkehrsbüro. März, Pferdemesse, Foire Aux-Hevaux. April, traditionelles Fest mit einem Umzug von kostümierten, tanzenden und musizierenden Teilnehmern sowie der Wahl der Demoiselles des Moulins, der Mühlenkönigin. Mai, Stierfest. Juni, Verkostung lokaler Gaumenfreuden, Töpfermarkt, nationales Musikfest, Johannistag am 24. Juni. Juli, Nationalfeiertag mit etlichen Veranstaltungen und Märkten. August, Dorffest, abendlicher Abschlussmarkt, Alphonse-Dotter-Fest, Fest des Stiervereins. September, Stoffmarkt, nationaler Tag des Kulturerbes, Gratis-Führungen der Touristinformation. Oktober, Fest der Stierer und des Knoblauchs. November, Weihnachts- und Delikathessenmarkt. December, Verkostung lokaler Spezialitäten, Mitternachtsmisse. Einkaufen die provenzalischen Märkte, die es jeweils von etwa 8 bis 12.30 Uhr zu besuchen gilt, finden statt. Für das Einkaufen von Olivenöl empfiehlt die Touristinformation zu Recht eine Verkostung, da im Raum von Vier zwei unterschiedliche Öle hergestellt werden. Das L'Hilfruiten war, das mehrere Tage nach der Ernte aus schwarzen und grünen Oliven gepresst wird und einen eher milden Geschmack hat und das L'Hilfruite wäre, das schon innerhalb von 24 Stunden nach der Ernte ebenfalls aus grünen und schwarzen Oliven gepresst wird und eine besondere geschmackliche Schärfe besitzt. Der Intermarché-Supermarkt liegt am westlichen Ende der Ortsmitte an der D17 Richtung Aale. Küche 14 Gastronomiebetriebe laden zum Essen und Trinken ein. Unterkunft Der Ort verfügt über sechs Hotels mit über 130 Zimmern, 15 fremden Zimmer und 35 möblierte Zimmer. Eins Campingplatz hat 137 Stellplätze und ein Platz für Campingwagen hat 40 Einstellplätze. Gesundheit wichtig. Wegen der Waldbrandgefahr ist das Betreten von Natur und Wäldern vom 1. Juni bis 30. September nur unter besonderen Bedingungen erlaubt. Informationen unter Telefonnummer plus 33, 811, 201313 oder hier. In der Gemeinde praktizieren mehrere Ärzte und hat eine Apotheke ihren Sitz. Die nächsten Krankenhäuser befinden sich in Aale und Tarascan, in weniger als 10 Kilometer Entfernung. Notruf Nummer Notarzt gleich 15 Polizei gleich 17 Feuerwehr gleich 18 Europ. Notruf gleich 112 Dienstabende Apotheke gleich 3237 oder diese Zentralnummer Notruf für Hör- und Sprachbehinderte mit Menschen gleich 114. Ausflüge Ausflugsziele sind In und um den Ort sind zu besichtigen. Eine Imkerei, dauert zwei Stunden, Reservierung in der Touristinformation erforderlich. Eine Ölmühle, in der Nähe der Kirche Saint-Jean-de-Grés-Omneau der Ortslage ist die große Ölmühle Moulin-Al-Hil-d'Olive-du-Mas Saint-Jean. Hier wird durch den Chef auch ein Kochkurs rund um das Olivenöl angeboten. Auch hier ist eine Reservierung im Touristenbüro angebracht. Die Touristinformation bietet einen Rundgang an, an dessen Ende eine Weine- und Ölwerkjustung stattfindet. Keine Führung, aber Informationstaffeln an zwölf Haltepunkten. Täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. 10 bis 18 Uhr geöffnet. Untertitelung des ZDF, 2020